Moin und herzlich willkommen zur 130. Ausgabe des Kartellmarkt aktuell. Ja, eine weitere Woche ist rum, eine weitere Woche ohne irgendwelche interessanten, wichtigen Neuerungen. Wir haben am gestrigen Tage einen kleinen Patch gehabt, das war kein Patch, andersrum, wir haben einen kleinen Server-Downtime gehabt. Backend-Update, das heißt Server runterfahren, einmal gucken, ob alles läuft und wieder hochfahren und schauen, dass das Ganze ein bisschen rot läuft. Wunderbar, keine Probleme gewesen, pünktlich alles gewesen, wunderbar. Was haben wir diese Woche vor? Diese Woche soll natürlich nicht langweiliger werden als sowieso schon. Dementsprechend habe ich mir ein Thema rausgepickt. Letzte Woche wurden nämlich die Steam-Achievements veröffentlicht. Es fehlen ja für dieses Spiel auf der Plattform Steam noch welche und die werden wir uns jetzt mal anschauen. Die sind noch nicht veröffentlicht, also sie sind veröffentlicht im Sinne von man kann sie sich anschauen, aber man kann sie noch nicht einsammeln. Das heißt, die kommen ja erst mit dem Patch 6.3? 6.1.3? Irgendwie sowas. Ne, 6.1.3 müsste es sein. Also mit einem der nächsten Patches jetzt Anfang September jedenfalls. Da soll das Ganze kommen. So, aber ein Teil der Achievements ist bereits öffentlich auf Steam einsehbar und da werfen wir mal einen kleinen Blick drauf, was uns da so schönes erwartet. Dann haben wir noch, glaube ich, ein oder zwei Sachen ingame, über die wir sprechen können und dann sind wir damit auch schon für diese Woche durch. So, ich würde sagen, wechseln wir mal rüber ins Steam-Fenster. Das seht ihr jetzt hier gerade im Hintergrund und hier habe ich auch schon mal die entsprechende Seite aufgemacht. Ich habe das Spiel jetzt also auch bei mir nach Steam migriert sozusagen. Es gibt halt die Möglichkeit, dass wenn man keinen Bitradar benutzt, wenn man den also abgeschaltet hat, dann kann man rein theoretisch die ganzen Spieldateien einfach rüber kopieren in den entsprechenden Steam-Ordner. Wenn das allerdings fehlschlägt, dann muss man es neu runterladen. Bei mir hat es nicht funktioniert. Ich habe das so rüber geschoben, wie es in verschiedenen Guides eben gesagt war. Das Problem ist, der Launcher hat geöffnet, ich konnte mich anmelden, alles wunderbar, ich wollte das Spiel starten, kam nichts. Einfach ausgeblieben. Da habe ich gesagt, okay, komm, jetzt machst du nicht noch große Fehlersuche, schmeißt das jetzt einfach komplett einfach runter und installierst das ganz sauber nochmal neu. Habe ich gemacht, funktioniert einwandfrei ohne Probleme. Ich habe jetzt hier seit, ich glaube, ungefähr einer Woche oder seit etwas mehr als einer Woche, hier stehen jetzt zwei Wochen, habe ich das Ganze drin, fast 30 Stunden zusammengesammelt, wobei man auch sagen muss, dass da immer wieder so Leerlaufstunden drin sind. Das heißt, da ist dann auch mal eine Stunde einfach das Spiel im Hintergrund offen, obwohl ich eigentlich beinehoch hier irgendwie am Musik hören bin, ja, oder irgendwas am Lesen bin oder Videos gucke oder Videos schneide oder irgendwas anderes mache. Das Spiel ist im Hintergrund einfach offen. So wie jetzt auch gerade. Ich habe das Spiel ja nicht geschlossen, ich bin doch bloß ins andere Fenster gegangen. Steam zählt diese Zeit trotzdem mit und dementsprechend kommt man da teilweise auf Werte, wo man sich denkt, warte mal, ich habe doch gar nicht so viel gemacht. Ja, aber klar, die ganze freie Zeit im Hintergrund zählt natürlich auch mit. Wir haben jetzt also hier 191 Errungenschaften. Das funktioniert also sehr ähnlich bei Steam wie auch in Star Wars The The Republic. Wer ja Steam nicht kennt, ich glaube, die kennen doch alle Steam, oder? Also mal wirklich. Gibt halt die Achievements, weil man verschiedene Sachen im Spiel macht, kriegt man die entsprechenden Erfolge, kann man sich vergleichen mit anderen, indem man sich hier globale Errungenschaften anguckt. Sieht man jetzt, hier ist überall 0%. Aber da kann man zum Beispiel sehen, okay, diesen Erfolg hier, den haben tatsächlich nur 20% aller Spieler, als Beispiel. Oder es gibt so manchen Erfolg, den, da kann ich mal ganz kurz gucken, ob ich da einen finde. Da habe ich hier jetzt also beispielsweise für das Spiel Faktorium mal rausgesucht. Da habe ich hier also einen Erfolg, den ich hier auch habe, der leuchtet hier entsprechend. Hier, der hier, den haben nur 2,6% aller Spieler. Das ist hier eben dieser Erfolg. Dafür muss man das entsprechende tun, was hier unten drin steht. Den habe ich hier abgeschlossen, der ist nicht ausgegraut. Und den haben eben nur 2,6% aller Spieler. Gibt andere Folge, die haben 60% aller Spieler, mit anderen Worten, das haben sozusagen alle gesehen. Gut, wechseln wir mal zurück zur SW-Tor. Und dann sehen wir eben entsprechend, hier ist alles noch auf 0%, weil, wie gesagt, die Dinger sind noch nicht veröffentlicht. Man kann sie zwar einsehen, aber man kann sie noch nicht abschließen. Wir schauen mal ganz kurz durch, was sich wir hier so Schönes finden. Zum Beispiel haben wir hier Kapitel 1 Imperialer Agent. Gut, relativ klar, wenn wir Kapitel 1 des Imperialen Agenten abschließen, kriegen wir das Ganze. Wichtig an dieser Stelle, das gilt auch rückwirkend, so ist es jedenfalls angekündigt. Das heißt, wenn ihr das vor anderthalb Jahren mal gemacht habt, dann kriegt ihr das jetzt auch. Ja, solange ihr das Spiel über Steam startet. Wenn ihr das natürlich weiterhin über den Standard-SW-Tor-Launcher, ohne die Steam-Plattformen dazwischen macht, dann kriegt ihr den Steam-Erfolg logischerweise nicht. Ihr müsst das Spiel auch wirklich über Steam starten. Das ist aber ein relativ simpler Prozess. Ihr geht einfach auf Steam, sucht das Spiel raus über den Shop. Da müsst ihr auch nichts kaufen. Ihr ladet dort den Launcher runter, meldet euch dort an, fertig. Dann könnt ihr theoretisch das Spiel starten oder halt neu runterladen, je nachdem, wie ihr es wollt. Ich packe euch einen Link unten rein, wie ihr das Ganze migrieren könnt oder versuchen könnt zu migrieren. Einfache Sache. Deswegen gilt rückwirkend, ihr müsst das nicht alles nochmal machen. Flashpoint-Meister, du hast alle aufgelisteten Flashpoints im Story-Modus mindestens einmal abgeschlossen. Ja, da kannst du dir nachher reingucken, welche dazugehören. Beziehungsweise alle aufgelisteten wird wahrscheinlich so heißen, du hast alle im Story-Modus mal gemacht. Ja, ne, wer hat das nicht. Republikanisches Vermächtnis von Tatooine. Alle Klassenmissionen auf der republikanischen Seite auf Tatooine abgeschlossen. Schön. Zeus-Perfektionist, alle Story-Missionen auf Zeus abgeschlossen. Schön. Womit keiner rechnet, alle Onslaut-Story-Missionen auf der imperialen Seite abgeschlossen. Wunderbar. Der ewige Meister, Knights of the Eternal Throne, im Meisterschwierigkeitsgrad abgeschlossen. Das ist tatsächlich eine Sache, da werden einige vielleicht sagen, hm, das habe ich tatsächlich noch nicht. Auch Veteranen hat vielleicht der eine oder andere noch nicht. Auch hier Fallen Empire hat vielleicht den Meister beziehungsweise den Veteranen einige noch nicht. Also Veteranen habe ich auf jeden Fall durch. Meister fehlen mir tatsächlich noch ein paar. Die müsste ich dann mal nachholen. Dann hat man den Erfolg aber auch. Republikanisches Vermächtnis von Alderaan. Bei Savys Corellia. Das heißt, alle Story-Missionen auf den entsprechenden Planeten hier abgeschlossen. Dann haben wir hier die Coruscant-Story-Missionen. Drum und K-Story-Missionen. Balmora, Hoth, Nashatar, Taris, Vos, Huta, Tython, Korriban, Ortmantel. Die ganzen Story-Missionen abschließen. Nichts anderes, nur die Story-Missionen, wie gesagt. Und dann haben wir hier Kapitel 1. Die weiter die Fortführung. Kopfgeldjäger, Botschafter, Ritter, Inquisitor, Selfkrieger, Schmuggler, Soldat. Und dann geht es auch weiter mit Kapitel 2. Also die ganzen zweiten Kapitel und auch die ganzen dritten Kapitel abgeschlossen. Dann hier Knights of the Eternal Throne abgeschlossen. Das dürfte ich dann natürlich auch haben. Haben die meisten sicherlich auch. Knights of the Fallen Empire abgeschlossen. Der Kommandant. Der letzten sieben Kapitel von Fallen Empire abgeschlossen. Also das sind ja die ersten neun und das sind die letzten sieben. Insgesamt sind es ja 16. Dann hier. Du hast 100 andere Spieler im Kampf besiegt. Du hast 50 Kriegsgebiete eines beliebigen Typs gespielt. Das dürfte ich auch haben. Boshafter. Du hast Dunkel 5 erreicht. Hell 5 erreicht. Also Sachen, die viele Sachen, die viele sicherlich haben werden. Dann auch hier zum Beispiel Vermächtnis Stufe 10. Vermächtnis 30. Vermess nicht 50. Weiter geht es ja nicht. 50 Kopfgeldjäger. Alle Klassen Level 50. Alle Klassen Level 75. Und dann haben wir hier noch Elite Kriegsherr. Tapferkeitsrang 100. Den habe ich tatsächlich nicht. Wenn man jetzt mal so grob rüber guckt. Von denen allen, die hier sind, dürften mir wahrscheinlich so eine Handvoll. 6, 7 Stück vielleicht fehlen. Den Rest dürfte ich haben. Und ich denke mal einen Großteil hat die meisten Sachen. Also die ganzen Story Missionen, beziehungsweise die ganzen Level. Denke ich mal haben recht viele. Auch die Vermächtnissachen zum Beispiel. Die Dunkel-Hell-Ausrichtung. Die ganzen Kapitel hat vielleicht der eine oder andere noch nicht. Weil ihm eine Klasse fehlt. Okay, die ganzen Story Missionen. Müsste mal mal gucken. Hängt ja mit den Kapiteln zusammen. Also wenn du Kapitel 3 abgeschlossen hast. Dann hast du logischerweise auch die Story Missionen auf dem Planeten davor gemacht. Hast du also alle Kapitel, hast du alle Story Missionen. Fertig. Also eine relativ simple Sache. Ganz unten steht da noch plus 118. Das heißt hier sind noch 118 weitere versteckte Errungenschaften. Die also noch nicht veröffentlicht sind. Und die werden dann entsprechend demnächst erst freigeschaltet. Da fehlt also noch einiges. Also gerade zum Beispiel in Richtung Operationen sind da noch Sachen offen. Galactic Starfighter haben wir hier nicht gesehen. PvP ist auch recht dünn. Ja, also einmal 50 Kriegsgebiete gespielt. Einmal 100 Spieler besiegt. Und einmal Tapferkeitsrang 100. Da kann noch mehr kommen. Flashpoints könnte man noch ein bisschen mehr machen. Operationen hatte ich schon angesprochen. Neben dem Galactic Starfighter natürlich auch solche Sachen wie Events gespielt. Ja, also da vielleicht auch was in Richtung Festung. So nach dem Motto alle Festungen freigeschaltet. Bestimmte Festungen freigeschaltet. Bestimmte Dekorationen. Also da ist auf jeden Fall noch viel Potenzial, was man in diesen 118 hier noch reinstecken kann. Und natürlich auch drüber hinaus noch in weitere Erfolge, Errungenschaften eben entsprechend investieren kann. Das sind aber hier erstmal die ersten 119. 191 sind es insgesamt. 118 davon fehlen hier unten. Wie gesagt, das heißt hier sehen wir hier so grob 80 Stück. Die man eben hier entsprechend schon mal einsehen kann. Was man dann auch natürlich, wo man sich schon mal ausrechnen kann. Okay, das, 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 das habe ich. Also ich müsste so ungefähr 90% der Erfolge, die hier stehen, auch haben. Über die anderen 118 kann ich natürlich keine Aussage treffen hier an der Stelle. Das weiß ich natürlich nicht. Ja, das sind die Steamer-Folge. Die demnächst dann, ich denke mal Anfang September irgendwie im Laufe der ersten zwei Wochen dann mehr oder weniger auf die Live-Server kommen werden. Und, was heißt auf die Live-Server so gesehen, also freigeschaltet werden, dass man sie eben erreichen kann. Sagen wir es mal so rum. Das werden wir dann natürlich auch entsprechend behandeln. Nochmal 6.1.3 ist der Patch, in dem das Ganze passieren soll. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal oder wechseln wir mal zurück ins Spiel und machen da dann gleich weiter. Ja, und dann haben wir noch zwei Themen, über die ich hier ganz gerne mal sprechen möchte. Das eine ist, dass aktuell das Charakter-Rename, beziehungsweise auch der Charakter-Transfer auf andere Server nicht funktioniert. Also Charakter-Rename ist ja sozusagen die Möglichkeit, man kann im Kartellmarkt das Ganze kaufen. Das heißt, wir machen einfach mal hier fix den Kartellmarkt auf und sagen mal, ich will ein... Na, will er das jetzt? Ist es tatsächlich komplett entfernt worden? Das müssen wir jetzt mal gucken, ob das komplett entfernt wurde oder ob es einfach nur disabled ist und nicht einsetzbar ist. Das muss ich jetzt gerade mal durchschauen. Ähm, jedenfalls sowohl das Transferieren über die verschiedenen, ähm, Server funktioniert aktuell nicht. Flagship-Rename. Ne, tatsächlich, der Rest ist hier gerade nicht da. Äh, der für 3000 Münzen, glaube ich, kriegt man das. Ähm, ist wie gesagt... Ach doch, hier, Charakter-Name, haben wir es doch. Rename, Charakter-Name, da haben wir es doch. Alles gut. Ähm, wo ist der... Was ist der Hintergrund? Ähm, das Ganze funktioniert aktuell nicht, ist nicht einsetzbar. Das Ganze ist aktuell disabled. Denn es gibt eine Möglichkeit, die aus irgendeinem Grund in diesem Spiel existiert. BioWare tut natürlich so, als hätten sie davon keine Ahnung. Ähm, Sache ist, du kannst, wenn du einen klassischen Druiden-Namen eingibst, kannst du dich aussehen lassen wie ein Druide. Ja, ähm, da habe ich hier mal, äh, ein Screenshot, äh, den ich euch hier natürlich ein bisschen, äh, maskiert, beziehungsweise ein bisschen zensiert zur Verfügung stellen kann. Ähm, hier ist also ein Kollege, der hat sich also irgendwie nach einem klassischen Druiden-Namen genannt. Also sowas wie, äh, R2-D2, ne, also Buchstabe-Zahl, Binnenstrich-Buchstabe-Zahl zum Beispiel. 2VR-8 ist genau dasselbe. Ähm, also diese Schiffs-Druiden zum Beispiel. Und wenn man sich entsprechend mit diesem Rename so umbenennt, dann sieht man plötzlich so aus wie ein Druide. Ja, das will BioWare nicht. Bis zu einem gewissen Punkt verständlich ist die Frage, warum ist diese Funktion in diesem Spiel enthalten? Und da man mit dem Character-Rename das Ganze ja natürlich provozieren kann, ähm, und man ja auch eigentlich keine Zahlen innerhalb seines Charakter-Namens haben soll. Äh, also jedenfalls nicht als Zahl selbst. Wenn du deine 8 ausschreibst mit ACHT, dann ist natürlich klar, dann passt das. Aber wenn du deine 8 als Zahl, wirklich als Ziffer reinbaust, dann sollte das normalerweise nicht funktionieren. Es funktioniert allerdings in diesem Sinne. Und selbes Problem tritt natürlich auf, wenn du einen Charakter-Transfer auf einen anderen Server machst, dort vorher einen Charakter erstellt hast, der denselben Namen hat. Dann musst du nach dem Transfer deinen Charakter natürlich umbenennen. Und da wirst du dazu gezwungen und kannst dann eben natürlich, äh, ganz gezielt sagen, ich will so heißen wie irgendein random Druide. Und dann siehst du plötzlich auch wie ein Druide aus. Der Hintergrund davon ist offen. Sagen sie drüber nichts. Und, äh, würde, wäre mir das nicht so zugetragen worden, dann wüsste ich auch nicht, warum das plötzlich im, äh, Entwicklerforum auftauchte, dass das Ganze aktuell nicht funktioniert. Denn sie sagen, ähm, funktioniert nicht. Nächste Woche ist ein, äh, Fix dafür angesetzt. Und bis dahin funktioniert es nicht. Punkt, fertig, aus. Haha, toll, danke. Äh, aber der Hintergrund, ganz interessant. Warum ist das im Spiel drin? Könnt ihr gerne mal unten in den Kommentaren spekulieren, warum es diese Möglichkeit gibt und was vielleicht dahinter steckt. Ist da vielleicht in Zukunft was geplant und da schon leider auf die Live-Server durchgerutscht und irgendeiner hat's gemerkt. Ähm, wir werden sehen innerhalb der nächsten, äh, Tage, beziehungsweise vielleicht auch innerhalb der nächsten Monate, wenn sie näher nochmal dann auch nochmal auf das Ding eingehen und dann beispielsweise mit irgendeinem Patch die Möglichkeit reinkommt, dass man sich einen Druiden erstellen kann. Wer weiß. Gut. Neue klasse Fragezeichen. Ähm, alles in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ach, da kann man ja diskutieren drüber ohne Ende. Sehr schön. Ähm, zweite Sache, über die ich nochmal ganz kurz sprechen möchte, ist die wunderbare Eventliste. Bioware gibt sich ja immer sehr viel Mühe und, äh, am Anfang des Monats gibt es immer eine wunderbare Eventliste, wo du ganz genau sehen kannst, ah ja, Woche XY von dann bis dann, von dann bis dann, ganz exakt, dann ist dieses Event. und so ist es dann natürlich auch in diesem Monat, das heißt für den Monat August, und das mache ich mir hier gerade nochmal auf der Seite auf, sind eben angesetzt für verschiedene Events, das heißt zum einen haben wir natürlich bis zum 25. August, also eine Woche noch tatsächlich, das Nashadan Nightlife Event und zusätzlich haben wir das, äh, Bounty Hunter Event, das jetzt bis diese Woche lief, angeblich, äh, beziehungsweise doch, ich glaube es lief bis diese Woche, und, äh, diese Woche haben wir frei, das können wir auch mal ganz kurz überprüfen, wir schauen mal rein ins Conquest und sehen, ah ja, Flashpoint Havoc, alles klar, Flashpoint Havoc heißt, es geht um Flashpoints, wunderbar ausgezeichnet, und jetzt guckt mal in die Eventliste, was soll nächste Woche folgen, ah ja, 25. August bis 1. September, Pirate Incursion auf Dendrin, der Piratenangriff, klassisch, endlich mal wieder, wird auch Zeit, und, äh, ja, wunderbar, ne, also wir können auch wieder die verschiedenen Sachen machen, die Heldenmissionen machen und die, den Ruf sammeln und hast du nicht gesehen und so, und dann guckst du in-game ins Conquest-Fenster rein und wird steht dann nächste Woche Scoop Gang Mayhem. Was soll das denn werden? Jetzt sind sie sich nicht mal mehr einig, was überhaupt jetzt diese Woche, diese Monat noch an Events live ist. Wem soll man denn jetzt noch vertrauen? Der Eventliste auf der SWTOR.com-Seite? Oder dem Spiel, wo die Events ja voreingestellt sind? Bioware beteuert ja immer wieder, sie können nicht spontan Events an- und abschalten, sondern die Events brauchen einen fixen Start- und Endpunkt. Mit anderen Worten, das Spiel weiß schon, dass nächste Woche Scoop Gang Mayhem ist, weil es ist mit einem fixen Start- und Endpunkt gekennzeichnet. Das heißt, wir haben tatsächlich nächste Woche nochmal das Swoop Event. Wer also noch nicht den Ruf voll hat, hat jetzt die Möglichkeit dazu. Ich habe es tatsächlich voll, weil ich habe genug gesammelt, dass ich jetzt über die letzte Woche hinweg alles einlösen konnte, sodass ich den kompletten Ruf voll habe. Das heißt, ich werde noch einmal zu diesem Event hinfahren, um mir den goldenen Gleiter zu kaufen und dann bin ich weg. Beziehungsweise mal gucken, vielleicht wird das ja gepatcht, dass man plötzlich noch die Erfolge holen kann, die einem noch fehlen. Also das glaube ich noch nicht, aber das ist ein anderes Thema. Aber das ist einfach so die Sache, warum kündigen sie denn groß Anfang von August an, dass Pirate Incursion an der letzten Augustwoche kommt und jetzt sagt mir das Spiel aber genau das Gegenteil. Ich bin sehr gespannt, was nächste Woche Dienstag um 14 Uhr für ein Event angeht, beziehungsweise dann um 20 Uhr hier im Eroberungsfenster steht. Da bin ich super gespannt drauf und vor allem bin ich gespannt drauf, wie es danach weitergeht, weil bis jetzt war es immer in der Rotation Swoop, dann Bounty Hunter, dann Rakul, dann wieder Swoop. Oder einfach nur Swoop, Bounty Hunter, Swoop. Oder einfach nur Rakul dazwischen. Ich hätte gerne mal wieder das Dentrine Event. Ich hätte gerne mal wieder das Grie Event. Wird mal wieder Zeit. Ja, und außerdem haben wir letzte Woche drüber gesprochen, das nächste Mal Swoop Event mit den Fixes von der Eroberung sollte das nächste Mal stattfinden, wenn das Event am 22. September live geht. 22. September, ne? Da habe ich letzte Woche drüber gesprochen. Das ist ein Monat noch hin. Warum kommt das jetzt schon wieder? Ich meine, ich verstehe es, dass sie das neue Event möglichst viel bringen können, möglichst viel bringen wollen, damit die Spieler das entsprechend spielen können, das genießen können. Neues Event. ist ja auch vollkommen cool. Aber dann kündigt doch nicht andere Events an in eurer wunderbaren Eventliste, die ja scheinbar dann auch bloß irgendwie random automatisch erstellt ist und nicht irgendwie sinnhaft erstellt wurde anhand eines Abbilds dessen, was auf dem Server voreingestellt ist, sondern kündigt doch einfach an und sagt, okay, wir machen noch ein paar Mal öfter, wird jetzt noch Swoop Gang Mayhem kommen, damit ihr das alle noch spielen könnt und zwischendurch machen, weil immer was unterschiedliches. Oder haltet euch an eure Eventliste. Eins von beiden. Aber sowas ist schwierig. Also ich habe tatsächlich mich auf das Pirate Incursion Event gefreut, weil ich habe eine Menge Credits angespart, die ich ausgeben möchte für den Spezialerfolg, wo man die 150 Millionen investieren muss, für dieses eine Item da, in der einen H4, Reactor Ransom, wo man den Typen bezahlen muss, praktisch, der will ja, der sagt ja, der hat ja mit seinen Leuten den Reaktor dort besetzt und sagt ja, okay, entweder ihr zahlt mir 15 Millionen oder ihr kämpft gegen mich. Sondern das kannst du ja machen. Und wenn du 10 Mal dem 15 Millionen gezahlt hast, also sprich 150 Mios investiert hast, dann kriegst du da so ein Special Item. So, und das würde ich jetzt gerne mal haben mit dem Spezialerfolg dazu. Den hätte ich jetzt ganz gerne einfach mal. Das wäre wieder, rückwirkend, rückkehrend zu den Steam Achievements, wäre das wieder so ein Achievements, das haben irgendwie bloß 5% der Spieler oder sowas. Deswegen, den hätte ich jetzt ganz gerne mal und habe mich darauf gefreut, dass jetzt endlich mal das Piraten-Event wiederkommt und jetzt kündigt mir das Event-Interface einfach mal was ganz anderes an. Hm. Ich meine, vielleicht laufen ja zwei Sachen parallel. Wer weiß, kann ja auch sein. Gut. Ja, das zu dem Thema, auch da könnt ihr gerne mal eure Meinung zu dalassen, was ihr von der Sache haltet. Schwieriges Thema auf jeden Fall. Und ja, das zu dem Widersprüchlichkeit von Event-Liste und dem, was wir in Game hier entsprechend vom Eroberungsfenster vorgeschrieben bekommen. Ja, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich durch mit allen Themen, über die ich sprechen wollte. Und dann können wir eigentlich mal reinschauen. Ich meine, wir haben es ja schon gesehen, Flashpoint Havoc geht um Flashpoints ohne Ende, ohne Ende, ohne Ende. Ganz klassische Sachen, PvP ist trotzdem mit dabei. Also hier zum Beispiel die Go Berserk, die Weekly PvP ist natürlich auch mit am Start. Schauen wir mal in den Kartellmarkt. Der hat sich in der letzten Woche auch ein bisschen verändert. Gehen wir mal auf die Future-Seite vor. Da haben wir ein Flair mal wieder drin. Das können wir komplett ignorieren. Das hier war tatsächlich unter der Woche was anderes. Ich weiß nicht, warum das jetzt schon wieder hier mit drin ist. Achso, 25% auf. Das war noch nie auf 100% Preis, aber ist egal, interessiert sowieso keinen. Hier war unter der Woche ein bisschen was anderes drin. Und da habe ich tatsächlich auch zugeschlagen. Und hier unten haben wir jetzt Kartar mit drin. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Das hier ist eine richtig coole Sache. Da habe ich auch zugeschlagen. Tarnox Blade. Eine von zwei sehr coolen Klingen, wie ich sage. Die kostet normalerweise 1300 oder sowas. 30% weniger jetzt für 910. Da habe ich einfach mal zugeschlagen. Ist ein sehr schönes Schwert, muss ich sagen. und zusammen mit dem Onderon Cutlass eine sehr spezielle Waffe. Also gibt es halt nicht zweimal. Also wir haben halt als zweites in der Serie, sage ich mal, was parallel dazu kam, eben das Guardians Cutlass. Das finde ich tatsächlich noch ein bisschen cooler, weil es halt tatsächlich so ein Cutlass ist. Das heißt, spitze gebogen und hinten halt so einen umschlossenen Griff. Das ist schon ein geiles Teil. Kann man nicht anders sagen. Die Klinge färbt sich natürlich auch mit einem Papkristall. Die ist jetzt hier bloß Standard. Dann das Gold dazu, das passt schon. Das sieht schon ziemlich cool aus. Dennoch, also dieses Cutlass habe ich auch schon. Das Tarnox Blade ist dennoch ziemlich cool. Einfach so das Ding zu haben ist schon cool. Auch hier färbt wieder mit die Klinge färbt sich eben entsprechend des Farbkristalls, der verbaut wird. Für die 910 hier, das finde ich durchaus in Ordnung. Ist eine schöne Sache. Können wir mal reingucken, was würde man denn hier theoretisch zahlen. Einmal fürs Cutlass sind wir bei 22 Millionen und für Tarnox Klinge sind wir 18 Millionen. Also um die 20 Millionen zahlt man für die beiden. Ist jetzt auch nicht so viel Geld. Dementsprechend kann man das durchaus machen, aber ich hatte ein bisschen was übrig. Da habe ich die 910 hier da an der Stelle mal investiert. Und ich habe mir auch eine Sache gekauft, die ich schon länger im Visier hatte, die ich auch schon öfter mal in Beobachtung hatte. Und da muss ich jetzt gerade mal gucken. Hier ist Sinister Warriors. Das habe ich mir gekauft. Das war auch runtergesetzt. Das ist, was ich da gerade meinte. Das war hier an der Stelle hier drin mit drin und war irgendwie auch 30 Prozent oder sowas reduziert oder sogar noch mehr. Ich weiß gar nicht mehr genau. Oder war das hier sogar im Flash Sale? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall habe ich das gekauft für nicht 2100, sondern auf jeden Fall weniger, deutlich weniger und habe hier entsprechend das Set dann auch mal bei mir in der Sammlung mit aufgenommen. Schönes Ding nämlich, gerade der Brustschutz, den finde ich ziemlich cool. Die Maske kann man ersetzen auch durch eine schönere, weiß ich, durch Reviance Maske oder sowas zum Beispiel. Ist durchaus machbar, auch wenn man unten die Hose oder sowas austauscht, aber das Bruststück ist schon ziemlich genial. Das finde ich ziemlich cool, gerade mit diesen einzelnen Streifen da hinten, die da hinten dran hängen statt diesem Vollumhang. Ist schon ziemlich genial. Ich kann mir mal ganz kurz gucken. Ich habe das hier, glaube ich, in der 11. Genau, da habe ich da schwarz-orange mit reingebaut. Ich habe hier allerdings auch eine andere Maske genommen. Das ist, glaube ich, vom Resilient Warden. Fragt mich nicht aus dem deutschen Namen. Resilient Warden. Genau, das ist die Maske im Endeffekt vom Hüter, Wächter Warden halt. Die Maske, die hier mit drin ist und ein schwarz-orange. Und wie gesagt, gefällt mir sehr gut. Deswegen hatte ich da zugeschlagen, eben entsprechend in der letzten Woche. Gut, würde ich sagen, soll es das soweit erstmal gewesen sein. Auch für euch kurz zur Bestätigung Recently Added nichts weiter hinzugekommen. Dementsprechend können wir sagen, haben wir den Kartellmarkt damit für diese Woche auch abgehakt. Ich bin natürlich gespannt auf eure Kommentare zu den verschiedenen Themen, die ich angesprochen habe. Was mich auch nochmal interessieren würde, da mache ich vielleicht eine kleine Abstimmung, mal gucken. Haben wir, also wer von euch hat jetzt tatsächlich, nachdem das Spiel auf Steam veröffentlicht wurde, das auch auf Steam tatsächlich dann migriert oder nochmal neu installiert oder wie auch immer. Müsst ihr mal abstimmen, ich baue euch eine Abstimmung hier an der Stelle ein, beziehungsweise wahrscheinlich vorher schon. Habt ihr das auf Steam umgestellt oder nicht? Würde mich einfach mal interessieren, so einen Schnitt zu sehen, wie viele Leute das tatsächlich sind oder beziehungsweise habt ihr es vielleicht auch vor. Ich mache euch so ein paar Antwortmöglichkeiten mit rein. Könnt ihr immer reinklicken da einfach oben rechts, wie gesagt, auf das kleine Informationsfenster, da gibt es dann hier entsprechend die Abstimmung dazu. Und dann schauen wir mal nächste Woche was dabei rumgekommen ist. Gut, das soll es gewesen sein mit diesem Karteimank für diese Woche. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Lasst mir da auf jeden Fall was von da und ich freue mich natürlich da auch auf jede Art von Feedback im Sinne von Like oder Abonnement oder was auch immer. Macht, was ihr wollt, ist mir doch egal. Das soll es gewesen sein mit diesem Video. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen und verabschiede mich. Mein Name ist Theo Leuer. Ich bin raus. Tschüssing! Ich bin raus. 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 Ich bin raus.